Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch. Ihr sollt hier zuhören, wie wir den Film Imaginary besprechen, indem es um imaginäre Freunde geht. Habt ihr das gerade auch gehört oder war die Stimme nur in meinem Kopf? Egal. Herzlich Willkommen beim Tele-Stammtisch und wir möchten hier gerne den Film Imaginary besprechen, der am 14.03. in den deutschen Kinos anlaufen wird. Ich habe den Film überhaupt nicht gesehen, deswegen ist hier die kleine Stimme in meinem Kopf und Stu, die sich vielleicht heute über den Film unterhalten werden oder vielleicht mache ich das auch mit Stu. Hi Stu. Hallo, ich habe Angst. Bitte helf mir. Hier noch ein paar kleine Fakten zu dem Film. Der wird ab 16 sein, ist 105 Minuten lang und von den Schauspielern habe ich noch nie gehört. Da sind, ich weiß nicht mehr, wie ich sie ausspricht, DeWanda Wise, die man anscheinend aus Jurassic World 3 kennt und Tom Payne, den man aus Walking Dead kennt. Wie heißt der? Hast du Walking Dead gesehenst du? Ich habe Walking Dead mal früher gesehen, aber als dieser Tom Payne als Jesus aufgetaucht ist, war ich schon nicht mehr drin. Und nein, es ist nicht der Jesus, den wir aus der Bibel kennen. Die Figur heißt nur einfach Jesus. Das habe ich sogar recherchiert. Extra für euch. Okay. Die kenne ich wie gesagt beide nicht. Den Regisseur könnte man kennen. Das ist Jeff Wardlow, der hier auch, was kann ich von ihm? Kick-Ass 2 habe ich gesehen von ihm. Da muss man jetzt nicht drüber diskutieren. Wir diskutieren jetzt hier über Imaginary. Kannst du uns erstmal erklären, um was es eigentlich in diesem Film geht? Ja, es geht um einen imaginären Freund. Beziehungsweise es geht um Jessica. Jessica, die in einer neuen Beziehung ist mit einem Musiker. Und dieser Musiker bringt noch zwei Töchter mit in die neue Partnerschaft. Und sie ziehen in Jessicas altes Haus. Da hat Jessica aber kaum noch Erinnerungen dran. Aber sie glaubt einfach, es ist eine gute Wahl, dieses Haus wieder zu beziehen. Und ihre Stieftochter, Alice, entdeckt im Keller einen kleinen Teddybär. Und dieser Teddybär wird ihr neuer, imaginärer Freund. Der heißt Chauncey und stellt Alice bald seltsame Aufgaben. Und Jessica findet das alles ein bisschen krude. Aber als dann Alice' Vater auf Geschäftsreise ist, geht das alles durcheinander und es beginnt einen Kampf um Leben und Tod. Okay, das klingt ein bisschen gruselig. Und ich bin ja nicht so der Gruselfan. War der Film denn gruselig? Oder wie würdest du es einschätzen? Welche Art von Horror wird hier bedient? Also ich muss sagen, ich mag die Prämisse des Films. Also die Idee, dass es hier wirklich um einen imaginären Freund geht, der Böses im Schödel führt. Das ist nicht unbedingt neu, aber es wird dann auch recht selten benutzt. Und vor allem lässt es Spielraum für relativ viele kreative Ideen. Ich finde auch, dass es eine gute Prämisse ist für psychologischen Horror. Ist es aber nicht. Es ist wirklich so ein relativ you get what you want Jumpscare. Jumpscare ist es auch nicht. Also kein Jumpscare Festival, aber es ist ein sehr handelsüblicher Horrorfilm, so würde ich sagen. Er fällt gegen Ende ein paar, ich möchte sagen, seltsame stilistische Entscheidungen. Gerade was diesen Chance angeht, also diesen bösen imaginären Freund. Aber ich glaube, am besten kann man den Film wirklich vergleichen. Und es ist ja ein Blumhouse-Titel mit Five Nights at Freddy's und diesen Nightswim. Also den letzten beiden Filmen, wenn ihr die halt unterhaltsam und gruselig fandet, dann werdet ihr die Imaginary auch unterhaltsam und gruselig finden. Wenn ihr die beiden aber, naja, nicht so toll findet, dann sehe ich keinen Grund für euch, Imaginary zu gucken. Oder muss ich ja, also Nightswim habe ich nicht gesehen, aber Five Nights at Freddy's tatsächlich. Und es ist immer eine ganz schlechte Bewertung für einen Horrorfilm, wenn ich als Horrorfilm Schisshase sage, also den konnte ich mir angucken. Und Five Nights at Freddy's, also den konnte ich mir angucken. Und wenn du sagst, wenn der einem gefallen hat, dann ist auch Imaginary was für einen, dann ist es vielleicht nicht so gut für Imaginary hier. Ja, also man muss halt schon sagen, dass Imaginary eins, also er hat immer mal wieder nette Ideen. Ich finde aber, dass er diese Ideen nicht besonders gut ausspielt. Und weiß jetzt nicht, wie es bei dir war, aber bei Five Nights at Freddy's war es, fand ich auch ähnlich. Es gab da immer wieder einen Moment, wo ich dachte, ja, das fängt gut an, aber sie machen nichts draus. Als Beispiel bei Five Nights at Freddy's gibt es doch diesen Cupcake, dieses komische Monster, was immer mal wieder in der Ecke steht. Aber daraus wird nichts gemacht und ähnlich wird es jetzt hier auch genommen. Also es ist so ein Film, wo ich sage, Grundidee, zwei plus, Umsetzung, da reden wir mal drüber. Du hattest mir ja im Vorhinein erzählt, dass der erste Trailer in Amerika passend zum Thema auch sehr auf die Vorstellungskraft ging. Was wurde denn da, willst du kurz zeigen, wie der Film, der Trailer war dann damals? Der Trailer war wirklich clever, der lief passenderweise vor Five Nights at Freddy's und ich glaube, der lief aber auch nur in den US-Kinos. Und passend zum Titel Imaginary hat man einfach eine schwarze Leinwand gesehen und man hat halt Sachen gehört. Und dann kam halt so eine Tagline von wegen, ja, das ist Imaginary und macht die Augen jetzt bitte mal zu und ja, stellt euch vor, was ihr da sehen werdet. Und ich finde, das ist als Werbeidee, das ist eine richtig gute Idee. Zum einen ist es ein Trailer, der selbst Schlogger sehen kann und Schlogger, die meidet ja später wieder Papier das Weihwasser. Auf der anderen Seite macht es auch gleich neugierig. Und um das vorwegzunehmen, also die Werbung ist toll, aber der Film ist es nicht. Jetzt pass auf, jetzt kann ich dich hier auch schockieren, denn ich habe mir tatsächlich als Vorbereitung für diese Besprechung den Trailer zu Imaginary angesehen. Und du hattest mir ja vorhin dann eben schon erzählt, dass der Trailer in den US-Kinos eben so schön reduziert war und so viel den Köpfen überlassen hat. Und allein das Thumbnail, also das Vorschaubild auf YouTube für den deutschen Trailer ist schon das absolute Gegenteil davon. Kennst du das? Ähm, ist es das mit der kleinen Mädchen, was in dem Dessert sitzt? Nee, du siehst direkt das Bärenmonster im Vorschaubild schon. Ah, okay, ja, dann kann ich ja so viel sagen, dieses Bärenmonster sieht auch mehr peinlich als russisch aus. Ich verstehe auch nicht die Entscheidung, vor allem wenn sie eben in Amerika so krass in die andere Richtung ging, da schon gleich, also generell in einem Horrorfilm gleich das Monster zu zeigen. Da muss der Film ja so schlecht sein, sorry, dass sie damit locken wollen, weil sie denken, okay, damit kriegen wir wenigstens noch ein paar Leute dazu, hier drauf zu klicken. Im Trailer selbst siehst du den nur in, typischerweise in so einem schnell Wegwisch-Ding, also erkennst du es nicht wirklich. Aber eben das Thumbnail selbst ist doch schon ein krasser, ja, okay, Spoiler jetzt nicht, aber halt ein krasser, nimmt ja alles vorweg dann schon. Ja, also, um es mal ganz böse auszudrücken, wenn ihr da draußen noch nie einen Horrorfilm gesehen habt, dann ist Imaginary vermutlich so ein Film, wo du denkst, wow, das habe ich noch nie gesehen, Wahnsinn, das ist ja krass. Wenn ihr ein paar Horrorfilme schon gesehen habt, ist Imaginary vermutlich so, ja, geht schon klar. Wenn ihr aber in dem Genre, sage ich mal, schon aktiver wart, dann ist Imaginary vor allem eines, nämlich nur stinkend langweilig. Okay. Ja, im Trailer war es auch, also diese Aufgaben, die das Mädchen kriegt, diese Liste, find irgendwas, was dich zum Lachen bringt, find irgendwas, was, keine Ahnung, und dann find irgendwas, was dich verletzt. Und dann siehst du, wie dieses Mädchen die Hand auf den Nagel draufhaut, das habe ich schon gedacht, das könnte eine coole Idee sein, wenn du als Mutter dann oder als Elternteil mitkriegst, dass dein Kind sich plötzlich solche Sachen vermeintlich selber ausdenkt und du dann merkst, okay, vielleicht ist da doch mehr. Was aber ganz, was halt ganz interessant ist, wie viele dieser Horrorfilme, geht es ja auch darum, dass dieses Schreckensgestalt an Regeln gebunden ist, ja, also du hast ja schon gesagt, so mach etwas, was dir hier Freude macht, mach etwas, was dir wehtut. Und der Film ist fast schon wie so ein Didakt, darum bemüht, dir das einzutrichtern. Und es wirkt teilweise so ein bisschen wie ein Kind, vielleicht kennst du das als Mutter oder selbst als Kind, du hast als Kind Mensch-Ärger-Dich nicht gespielt und hast gesagt, ich mach jetzt meine eigenen Regeln, weil die sind viel cooler. Und dann spielst du mit deiner Mutter, deinem Vater, deinen Freunden dieses Spiel und dann fällt dir plötzlich ein so, ah fuck, ich verliere ja gerade. Und dann sagt er, nee, nee, das geht nicht, du musst vorher die drei würfeln und dann musst du drei zurück und dann musst du nur fünf würfeln. Genau, und so ist Imagineer mit den Regeln. Also der Film etabliert die, nur um dann immer wieder zu sagen, ja übrigens, was wir vergessen haben, also wenn der Mond im Zentrum von Jupiter steht, dann kann Chauncey übrigens auch stepptanz. Ich finde auch Chauncey, allein der Name, der turnt mich schon ab, aber es soll er vielleicht auch sein. Ich finde den so, wie in meinem Kopf, kennst du das manchmal, du hörst ein Wort und denkst, wie zur Hölle schreibt man dieses Wort? Und Chauncey ist so ein Wort, das macht mich völlig fertig. Das ist schon, das finde ich schon gruselig, mir diesen Namen geschrieben vorzustellen. Aber den finde ich hingegen ganz cool irgendwie, weil das mal nicht so, also ich dachte, wenn der Bär jetzt irgendwie Joey oder Teddy hießen würde, dann würde ich, glaube ich, eher sagen, aber Chauncey, finde ich, ist, also der Name des Bären ist doch mit das Kreativste am ganzen Gefühl. Chauncey. Ja, okay. Und es ist ja auch ein Thema, dass der Bär früher der Mutter gehört hat. Wird denn daraus dann irgendwas gemacht? Also Stiefmutter. Ach, stimmt, Stiefmutter, ja. Stiefmutter? Bonusmutter. Genau. Ja, es wird was draus gemacht, das muss ich jetzt hier aber nicht verraten, wie das zusammenhängt, aber der Film macht ein riesiges Fass auf und du als Zuschauer sitzt halt nach zehn Minuten schon da und sagst so, ja, das war halt so. Und der Film, ja, aber vielleicht, nee, das war genau so. Ja, aber überleg doch mal, wie gesagt, wenn Chauncey am richtigen Tag nach Osten guckt, dann nee, es ist so wie, ja, kommt's genauso. Ach, okay. Es ist, also, es tut mir auch wirklich leid, weil von der Grundprämisse her ist das einfach eine geile Idee. Und der hat auch wirklich einzelne Momente, die an und für sich auch gut sind. Und, also, wenn zum Beispiel, also, neben Alice hat, Alice hat noch eine ältere Schwester und die kommt dann mit einem Macker um die Ecke. Und dieser Macker ist halt wirklich, und das meine ich ernsthaft, also, das Drehbuch ist halt so platt, der ist so unsympathisch, das glaubt man nicht. Das ist so, einer, der geht aufs Klo, ja, pisst daneben und statt sich die Hände zu waschen, geht er nur zum Handtuch und macht so, ja. Und reibt sie dann an deiner Schulter auch noch so. Ja, genau, und überredet die Tochter auch so, komm, lass mal saufen jetzt hier, guck mal, dein Vater hatte Whisky und, und das Nächste, was er macht, ist, guck mal hier, ich hab Ecstasy dabei, ja. Also, so richtig so unsympathische Figur. Ja, okay, krass. Und der wird halt eben von Chancey halt so ein bisschen heimgesucht, nenne ich's mal. Und das fängt echt vielversprechend an. Es wird aber, wie fast alles in dem Film, total unbefriedigend aufgelöst. Ja, und Entschuldigung, mich stört auch schon wieder dieses, dass man Drogen nehmen muss, dass du dann denkst, geil, ich bin voll auf dem Trip, das würde mich jetzt schon nerven. Also, da muss man halt sagen, dass diese Figur auch nicht sympathisch rüberkommt und das mit den Drogen hat dann auch noch einen kleinen, ich nenne es mal, lustigen, lustige Enthüllung kommt dann nochmal raus, das sag ich mal. Also, ne, aber der Typ ist wirklich unsympathisch und er soll auch wirklich unsympathisch sein, aber wie plump das Drehbuch das halt umsetzt und auch die Regie das umsetzt, das ist halt, das ist halt, also, ich hätte fast gelacht, wenn's nicht so plump gewesen wäre. Weil, ich denk mir halt so, das musst du dich auch erst mal trauen. Und dieser Film ist voll von Figuren, wo du echt denkst, so, das kann nicht euer Ernst sein. Und ich möchte wirklich jetzt nicht, ähm, es falsch verstehen wissen, oder falsch verstanden wissen, aber die Kinderdarstellerin der Alice. Ich will, ich will dem Mädel nichts Böses und das ist auch ganz klar eine Schwäche der Regie und nicht ihr. Aber ich find die halt echt furchtbar. Hm, okay, also Schauspieler, das, ja, wirklich, wirklich. Also, ich hab ihn in der deutschen Sprache, ach nee, hab ich in der deutschen Sprache, englischen Sprache, ich weiß es gar nicht mehr, diesmal, diesmal, so viel ist hängen. Schauen Sie. Und, also, ähm, nicht falsch verstehen, äh, da kann das Mädel nichts für. Ich weiß nicht, wer alt sie ist, das ist eine Regiesache. Aber die Regie schafft es nicht, dass dieses Mädel mich entweder gruselt oder sonst wie. Ich fand die einfach nur nervig, ähm, und diese Kritik am, am Schauspiel von der Kleinen lässt sich auch übertragen auf alle anderen. Denn darstellerisch ist der Film wirklich, wie gesagt, ich hatte keinen Spaß mit Nightswim, aber selbst Nightswim war darstellerisch nicht so schlimm wie Image. Oh, okay. Aber der Teddy, der spielt wenigstens gut, bis er dann Monster wird. Äh, ja, also, ich sag mal so, gegen Ende, das kann man, glaub ich, verraten, wird so eine Art Traumwelt betreten, ähm, die so ein bisschen aussieht, als ob, äh, das, äh, so Set-Überreste von Beetlejuice 2 sind. Mhm. Aber auch da machen sie nicht wirklich viel draus. Und, also, das, das, das Beste am ganzen Film ist, dass da gefühlt alle 20 Minuten Bing-Bong aus Alles-Shit-Kopf erwähnt wird. Also dieser imaginäre Freund von Riley, dieser komische Elefant, der irgendwie, äh, äh, Salz-Toffi irgendwie auskackt. Äh, wer das nicht weiß, wer das ist, guckt euch Alles-Shit-Kopf an und weint. Ja, weil dann, wenn, wenn die, die Alles-Shit-Kopf gesehen haben und kennen, die wissen dann ja auch, wie man den imaginären Freund dann vielleicht loswerden kann. Genau. Ich hab Lust, nochmal Alles-Shit-Kopf zu gucken. Ich mein, nicht nur, ich mein, der zweite Teil kommt ja auch diesen Sommer raus. Und was ich halt ganz interessant finde, kann es vielleicht sein, dass jetzt so, dass der neue Trend ist, imaginäre Freunde im Film? Denn wir haben ja nicht nur diesen Imaginary, wir haben ja auch im Sommer Alles-Shit-Kopf 2. Ich mein, Bing-Bong wird wohl nicht dabei sein, aber vielleicht gibt's einen neuen imaginären Freund. Und im Sommer kommt ja auch If. Das ist dieser neue Film von John Krasinski, wo es ja auch um Imaginary Friends geht. Also vielleicht, äh, ist Imaginary so eine Art Trendsetter, wer weiß. Oder, wer heißt Trendsetter, aber der erste Film, der halt diese Thematik jetzt... Und John Krasinski noch einer, der, der auch hier, hier, Bums, äh, Quiet Place, Dings. Genau, Bums, Bums, Bums. Hat der nicht dann auch, äh, von Quiet Place kommt doch auch dann der, äh, Day Zero oder so, kommt doch Day One, genau. Genau, aber es ist von, genau, es ist von einem anderen Regisseur, von dem, äh, von dem Regisseur, der diesen Pick gemacht hat, mit Nicolas Cage. Und, ja, der Krasinski hat den If jetzt gedreht. Da hab ich wieder was gelernt von dir. Weißt du, was ich noch von dir lerne? Wir haben ja jetzt über einen Horrorfilm gesprochen und ich bin ja nicht so der Horrorfilm-Fan. Du kennst aber nicht nur Horrorfilme, du kennst alle Filme, aber dazu gehören eben auch die Horrorfilme. Das heißt, wir machen jetzt hier, ich mach hier eine ganz krude Überleitung dazu. Wenn du jetzt diesen Film, und ich finde, es klingt nicht ganz so, als würdest du den empfehlen, gibt's denn was anderes, was du empfehlen könntest, was irgendwas mit uns im Horrorfilm zu tun hat? Ähm, nee. Okay. Tatsächlich nicht. Ich fürchte, wenn ihr jetzt, äh, hören möchtet, wie Schlogger und ich über Horrorfilme reden, die vielleicht besser sind oder interessanter einfach, da wüsste ich jetzt keine Alternative. Außer natürlich, kleiner Witz, Schocker mit Schlogger. Folge 3 kommt am 13. März raus. Das heißt, wenn dieser Podcast erscheint, dann kommt auch der neue Schocker mit Schlogger Podcast raus. Und ich möchte mal sagen, ich will nicht sagen, dass wir einen besseren Film gesehen haben, aber einen interessanteren Film, ähm, nämlich Sleepaway Camp, aka Blutiger Sommer. Und, äh, seitdem ich den gesehen habe, immer wieder, hab ich auch wieder richtig Bock auf Sommercam. Ich weiß nicht, wie's bei dir ist. Also, Stu, ich finde, dass du das ganz toll anmoderiert hast. Aber weißt du, was mir jetzt noch fehlt? Ähm, äh, ähm, ähm, lass mich überlegen. Äh, äh, spaltbares Material. Ja, spaltbares Material. Nein, ich möchte, möchte dich noch fragen, ob du, weil ich das einfach so übergangen habe, ob du jetzt zu Imaginary doch noch ein Fazit raushauen möchtest oder nicht? Äh, ja, Imaginary ist, äh, leider ein Film, der vom Potenzial her schon, nochmal, Imaginary hat eine gute Prämisse, aber weiß nichts damit anzufangen. Es ist Horror von der Stange, äh, kein Horror, der einen wütend macht, aber Horror, der halt so gewöhnlich ist. Und wenn man überdenkt, worum es eigentlich geht, macht es fast ein bisschen traurig. Und, ähm, ich weiß noch, vor einigen Jahren, geil Blumhouse mal so als Hoffnungsträger im Horror-Genre. Und es ist echt traurig, dass Blumhouse wirklich mittlerweile nur noch für Produktionen stehen, die zwar kommerziell oft erfolgreich sind, aber künstlerisch wirklich komplett uninteressant und das trifft leider auch komplett auf Imaginary zu, deswegen keine Empfehlung von mir. Okay, also es wäre ein Horrorfilm, den ich wahrscheinlich aushalten könnte, aber euch andere wird er wahrscheinlich wütend und oder traurig machen. Und wenn das etwas ist, was ihr nicht gerne fühlt, dann solltet ihr einen großen Bogen um Imaginary machen und einen ganz direkten Bogen zu unserem, äh, Schocker mit Schlugger Podcast machen, in dem wir eben Sleepaway Camp besprechen. Den könnt ihr übrigens auch auf YouTube völlig frei, ich weiß nicht, wie legal das ist, aber da ist er zumindest angucken. Der ist, wie du schon gesagt hast, auch nicht geil, aber macht wenigstens ein bisschen Spaß und zumindest das Ende gilt als Kult auch, deswegen kann man sich den anschauen. Was nicht als Kult gilt, ist dann hier Imaginary. Zumindest, äh, nehme ich das jetzt einfach mal vorweg und sehe in die Zukunft und sage, dass es so sein wird. Und, ähm, ich schließe hier jetzt einfach diesen Podcast. Ich hänge nicht selbst meine Werbung dran, denn das wäre ja peinlich. Deswegen, lieber Stu, sag doch einfach mal was Schönes zum Ende und dann ist dieser Podcast und diese Filmesprechung auch vorbei. Äh, etwas sehr Schönes findet ihr im Internet unter www.schlogger.de oder schloggershop.de. Da kriegt ihr nämlich Schluggers wunderschöne Bücher, denn, äh, das muss man wissen, das wissen die meisten nicht von euch. Viele glauben ja, dass Schluggers irgendwie Archäologin ist oder Astronautin, das ist nicht die Wahrheit. In Wirklichkeit ist es nämlich Comic-Künstlerin und auch Autorin mit dem Fachbereich Kommunikation mit Kindern. Wenn euch das also interessiert, dann geht da mal bitte auf schlogger.de, da findet ihr ganz viele Comics und auch Bücher von der Wertenfrau. Ihr könnt sie käuflich erwerben und das habe ich schon gemacht und seitdem bin ich ein besserer Mensch. Mit der Filmauswahl hapert es noch, das gebe ich zu, aber ansonsten läuft es bei mir. Ja, ansonsten findet ihr Schluggers bei Social Media, ich weiß nicht wo, ich glaube überall, außer TikTok, nee doch, TikTok mittlerweile auch, ist egal. Gebt The Schluggers auf euren Plattformen einen wie X oder Blue Sky oder Freds oder, oder, keine Ahnung und da werdet ihr sie finden. Das kann ich noch sagen, habe ich jetzt auch gesagt. Dann sage ich noch Tschüss, Tschüss. Danke schön und tele-stammtisch.de Du bist echt, echt gruselig manchmal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso verlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.